Hallo zusammen, ich bin Sandra Simpfendörfer, eine von drei Gesellschaftern von Lisi Solutions aus Heilbronn und ich habe heute die Ehre, Ihnen unser Produkt und unsere Innovation vorzustellen und zwar Lisi Food Order, das digitale Kassensystem, welches den Gastronomen und auch den Gast vereint. Wie das geht? Wir haben eine hervorragende Kassensoftware für den Gastronomen und eine super praktische Lisi Food Order App für den Gast entwickelt. Unser Kassensystem kann das, was andere Kassensysteme auch können, nur besser, übersichtlicher und praktischer. Mit Lisi Food Order hast du als Gastronom zusätzlich zu deinen Standardkassenfunktionen alles vereint. Personalmanagement, Warenwirtschaft, Statistiken immer aktuell. So kannst du besser planen, organisieren und vor allem zeitfressende Abläufe verkürzen. Und um nun die ganze Geschichte rund zu bekommen, kommt jetzt die Lisi Food Order App ins Spiel. Über 2000 Lisi Food Order Facebook Fans warten darauf, die App kostenlos nutzen zu können. Denn egal, ob der Gast sich in der Gegend nicht auskennt, er hat wenig Zeit oder sogar sein Portemonnaie vergessen, mit Lisi Food Order hat er die Lösung immer auf dem Smartphone dabei. Kommen wir somit zu den Funktionen der Lisi Food Order App. Der Gast findet mit der App sämtliche Lisi Locations in seiner Nähe. Er fährt alles über Öffnungszeiten, Küchentyp, Speisekarte mit Bildern und sonstige Besonderheiten des Restaurants. Es gibt Tischreservierung wie im Kino. Alles im Blick, wer, wann und wo. Weiterhin kann der Gast mit dem Smartphone per QR-Code selbst am Tisch die Bestellung aufgeben. Das heißt, er muss nicht mehr auf die Bedienung warten. Essensvorbestellung auf Zeit. Er kann entscheiden, hole ich das Essen ab oder möchte ich vor Ort essen. So verkürzt du als Gastronom deine Tischdurchlaufzeiten und schaffst mehr Umsatz. Das Beste daran ist, jeder Nutzer hat ein einmalig angelegtes Konto, kann also sein Lieblingsrestaurant als Favorit anlegen und wird mit Push-Nachrichten auf dem Smartphone immer auf dem neuesten Stand gehalten. Und natürlich ganz, ganz wichtig, Bargeld vergessen. Es ist natürlich möglich, mit der Lisi Food Order App ganz schnell und einfach online zu bezahlen. So, weitere Features für Gast und Gastronomen sind in ständiger Entwicklung. Also, wir sehen uns als Partner und möchten auch gemeinsam mit den Gastronomen wachsen und uns entwickeln. Und ja, unser Motto lautet, let's make life easier. Ich bin Sandra Simpfendörfer, Vertriebsleitung von Lisi Food Order und freue mich ab sofort auf neue Anfragen von Gastronomen und Vertriebspartnern aus Deutschland, Schweiz und Österreich. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus